Willkommen zurück bei Final Fantasy VII, das Remake! Jo, wir gehen jetzt erstmal zu Anjan. Die Herrschaften. Danke. An diesem Ort werden ihre süßesten Träume wahr. Willkommen im Honigtöpfchen. Darf's ein Bienchen für den Herrn oder die Dame sein? Äh, ich würde gerne Anjan sehen. Unsere einsame Nummer eins. Sehr wohl. Dürfte ich Sie um den Namen bitten, unter dem Sie reserviert haben? Ähm, reserviert habe ich nicht. Oh, dann muss ich Sie bedauerlicherweise enttäuschen. Aufgrund seiner anhaltenden Beliebtheit ist Anjan für die nächsten drei Jahre lückenlos ausgebucht. Drei Jahre lang? Wir wollen eigentlich nur ganz kurz mit ihm sprechen. Wir brauchen ein Empfehlungsschreiben von ihm. Ich verstehe. Aber ohne Reservierung sind mir leider die Hände gebunden. Ich bin wirklich untrüstlich. Es geht wirklich gar nicht? Äh, äußerst selten kann es vorkommen, dass Anjan jemanden zu sich ruft, der ihm besonders gefällt. Ich fürchte, als einfachen Kunden bleibt ihnen keine andere Möglichkeit. Da lässt sich wohl nichts machen. Versuchen wir es bei jemand anderem. Bei Anjan hat es ja anscheinend nicht funktioniert. Dann gehen wir mal zu Sam. Den haben wir ja gerade schon kennengelernt. Äh, 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 Sam, müsst ihr hier vorne... Irgendwo sein, oder? Hä? Hier. Da vorne ist Sam. Was wollt ihr denn schon wieder? Also eins kann ich sagen. Wenn es nochmal um dasselbe geht, könnt ihr gleich wieder gehen. Nein, warten Sie. Ich möchte, dass Sie mich für Don Corneos Brautschau empfehlen. Hä? Würden Sie das tun? Okay. Wirklich? Klar, kein Problem. Beim nächsten Mal schlage ich dich gerne vor. Es muss aber für dieses Mal sein. Geht das noch? Dieses Mal? Auf keinen Fall. Dieses Mal ist Tifa dabei. Gegen die hat niemand eine Chance. Aber vielleicht entscheidet sich Don Corneo ja nicht für Tifa, sondern für mich. Du willst also unbedingt antreten? Unbedingt. Gut, spielen wir. Also, reverse oder averse? Weil ich diese Zähne gerade schon mal gespielt habe, bis mein... ...hatste mein PC ausgemacht hat, war es reverse. Aber ich bin mal davon aus, wenn wir jetzt reverse nehmen, äh, wird es averse sein. Ich habe gerade bei Tifa, äh, oder ich habe auch auf Warfeln gemacht, da hat Aerosas gemacht. Oh, reverse. Reverse. Schade. Averse. Also, es ist egal. Wenn ich ehrlich bin, ist das Mädchen zwar süß, aber nicht gerade Corneos Typ. Wenn ihr euer Glück trotzdem versuchen wollt, dann fragt die anderen Vertrauten. Nicht umsonst gibt es schließlich drei von uns. Viel Glück. Warte. Lass mich mal die Münze sehen. Hm. Dachte ich's mir doch. Die Münze ist gezinkt. Wie unfair. Willkommen auf dem Wallmarkt. So läuft's hier wohl. Nicht mit mir. So haben wir nur noch die Chance bei, äh, Madame M, wenn meine Katze jetzt nicht schon wieder Scheiße bauen würde. Oh nein. Mein Gott, äh, äh, wo sind Madame M? Äh, da vorne. Scheiße. Jetzt kommen wir zum Wallmarkt. Willkommen im Reich der Entspannung. Ihr seid zu zweit. Tretet näher. Okay. Welches Fingerchen ist denn besonders verspannt? Verspannt? Ach so, ihr seid zum ersten Mal hier. Ich bin auf Handmassagen spezialisiert. Mit steifen Fingern kann man schließlich nur schwerlich sein ganzes Vermögen zählen. Deshalb kommen die Leute zu mir und lassen sich von mir verwöhnen. Mit meinen zarten Händen reibe ich meinen Kunden die Sorgen von der Seele. In diesem Sinne, was kann ich euch lieben denn heute wohl Gutes tun? Wir brauchen keine Massage. Wie meinen? Es ist so, ich möchte bei Don Corneo vorstellig werden. Und Hollein, nicht so vorlaut. Hab ich dir etwa das Wort erteilt? Warum muss immer mir das passieren? Denkst wohl, du kommst mit allem durch, weil deine Brüste noch Richtung Platte zeigen. Also, ihr wollt was von mir? Dann hört mal gut zu. Ich führe hier ein Geschäft. Ich bin kein Wohlfahrtsverein. Was soll ich mit euch, wenn ihr keine Kunden seid? Unverschämtheit! Wenn ihr was von mir wollt, dann bestellt euch gefälligst vorher eine Massage oder ist Anstand euch völlig fremd? Hä? Hey Kleiner, wie heißt du? Cloud Strife. Gipfelchen. Hä? Die mächtige Hand eines Kriegers. So stark und so geschickt. Also schön, Cloud. Dann zeigt mal etwas guten Willen. Was auch immer ihr wollt, kommt danach. So, welches Verwöhnprogramm? Ähm. Premium, Standard, hör mal. Ach komm, sind wir heute in Gönnerlaune, oder? Dann nimm mal brav auf der Liegeplatz, mein Lieber. Cloud. Meine betuchte Kundschaft bekommt eine ganz spezielle Behandlung. Erst einmal werde ich deine Hand einen Finger nach dem anderen sanft und zärtlich mit Massageöl einreiben. Die Behandlung, je nachdem was du kaufst, ist halt anders. Ist anders. Komm schon, entspann dich. Ich bin auch ganz vorsichtig. Ich glaube, beim Tausender ist die noch so halbwegs freudig. Bei 100 ist die, äh... Nanu, hat's weh getan? Nein. Bei 100 ist die sehr, sehr grob. Da schreit der. Als nächstes widme ich mich deinen steifen Knöchelchen. Alles, was ich so angestaut habe, reiben wir ganz sanft weg. Warum denn so schüchtern? Du kannst ruhig alles rauslassen. Als letztes, werde ich die Druckpunkte auf deiner Hand ganz zart und behutsam stimulieren. Aha, dir gefällt's wohl. Klingt jedenfalls so. Fühlt sich diese Stelle gut, Mann? Und wie ist's hier? Oder doch lieber hier? Warum hab ich die Dreitausender-Paket genommen? Warum hab ich die Dreitausender-Paket genommen, ey? Ich hätte es Tausender nehmen sollen. Weil jede Szene ist anders. Ich würde euch gerne alle drei zeigen, wenn's geht. Ja, war das schön? Schau gerne mal wieder rein. Ja. Und, wie war's? Bist du okay? Ja. Cloud, was ist los? Gar nichts. Mach mir nichts vor. Da kann man sich dran gewöhnen, was? Also gut. Du hast bewiesen, dass es dir ernst ist. Ja? Dann lasst doch einfach mal eure Bitte hören. Ich brauche eine Empfehlung für Don Corneos Brautschau. Also wirklich, du verlangst Sachen. Hm. Na, meinetwegen. Wirklich? Allerdings hast du mit dem Fummel keine Chance. Hä? Wenn ich Corneo, ein Landei wie dich, serviere, sinkt sein Vertrauen in mich als rechte Hand ins Bodenlose. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Sieht praktisch und bequem aus. Verstehst du das unter nem Kompliment? Wenn ihr tuteln wollt, dann macht das bitte draußen, okay? Entschuldigung, aber wo kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden. Übrigens, das, was jetzt alles ist und kommt und so, gehört nicht zur Original-Story. Das ist auch wieder, um die Story ein bisschen zu verlängern. Eine Million. Wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker euch das auf keinen Fall leisten könnt. Nett wie ich bin, hab ich aber ein Angebot. Hä? In diesem Viertel gibt es ein unterirdisches Kolosseum. Und du, Cloud, du wirst dort auf meine Empfehlung für mich kämpfen. Und wenn du gewinnst, dann mach ich aus deiner Freundin ne Schönheit, die dir den Atem raubt. Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. Na, bist du dabei? In Ordnung. Guter Junge. Hier, für dich? Die Registrierung hat schon begonnen. Huscht lieber schnell rüber. Ist wirklich nett, wenn du dir 3000 gibst. Wie gesagt, wenn du dir 100 gibst, ist sie richtig rabiat und du hörst Cloud quasi nur schreien. Und sie ist auch nicht nett. Bei 1000 ist sie so halbwegs nett. Also wie gesagt, je nachdem, was du, was du kaufst, je nachdem, was du kaufst, ist es halt unterschiedlich, äh, warte mal, Massage her. Vertrauen ist gut, aber nimm das nicht auf die leichte Schulter. Was ist los? wie wäre es mit einem kleinen andenken an euren kolosse lieferung sollte gleich ankommen später gewährst mit einem kleinen andenken an euren kolosseum was du willst jetzt noch mitmachen ist ziemlich spät dran nächstes mal bitte pünktlich da sein ihr trete zu nein nur ich mache auch mit die empfehlung ist schließlich für mich oder ich würde gerne versuchen sie mir selbst zu verdienen das war das zimmer befindet sich im keller es gab wie gesagt nichts original den sondern ist eigentlich quasi eher zum storylines strecken ein kleines cooles gemächt bei eigentlich griffst du das nämlich von einem anderen mann also ich glaube von dem verkäufer von dem laden was meinst du wie viele leute antreten mein gott er ist es klaut bist du aufgeregt nein ich dachte nur weil du so wenig redest ich konzentriere mich nur solltest du auch los hier geht's lang macht schon und sie haben das wertvollste klein und von allen Willkommen in Kauneos Colosseum! Wir versichern ihn! Heute werden Sie hier auf dem Wallmarkt Zeugen des spektakulärsten Ereignisses der Welt! Unsere Kämpfer werden Ihnen den Atem rauben! Der Gewinner kriegt sage und schreibe eine Million! Und es gibt nur eine Regel! Den Gegner zerschmettern! Werden los! Bis das Flut spritzt! Der Baum uns los! Bis die Knochen brechen! Nur wer alle Register ziehen! Nur wer am Ende noch aufrecht steht! Wird mit Ruhm und Reichtumen überholt! Erleben Sie blutdürstige Bestien, die es gar nicht erwarten können, ihren Opfern die Kehle in Rost zu reißen! Doch wir haben sie genug auf die Folter gespannt! Zeit für blutige Kämpfe! Der Korneos Gapel ist hier mit der Opfer! Oh je! Wo sind wir denn hier gelandet? Okay! So was wir immer machen ist einmal kaufen! Wir können auch... So ein bisschen kacke ist halt... Mal hinsetzen! Weil wir haben nämlich uns noch nicht... Ausgeruht! Ähm... Oh! Was wir einmal machen ist... Ich muss aber gucken was Cloud... Ende mit Schrecken! Okay! Am Ende mit Schrecken laden wir mal hier auf! Und dann tauschen wir mal die... Das Wartezimmer! Rein mit euch! Sehr gut! Wie lange man hier warten muss? Wir können aber sagen wir warten mal eben bei Aeros mal die Dinger auf... Ich guck mal da! Ähm... Warte, die hat noch eine Emo TP! Okay! Nein! Ach! Äh... 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 Da war ich... Da sind alle eh alles nur Vorkämpfer! Na wie lange... Oh, was ist mit dir passiert? Ah... Ihr seid's! Wie siehst du denn aus? Ich brauchte etwas Geld und hab an einem Vorkampf teilgenommen... Naja... Das Ergebnis seht ihr ja... Ihr habt ja keine Ahnung... Worauf ihr euch hier einlasst! Wenn ich euch einen guten Rat geben darf... Ihr solltet besser schnell von hier verschwinden! Achtung Team Cloud und Aeros! Ihr Match beginnt in Kürze! Bitte kommen sie zum Eingangstor! Jetzt könnten wir noch davonlaufen! Machen wir aber nicht! Aber... Johnny tut mir ein bisschen leid! Seid ihr bereit? Passt auf, dass ihr nicht verreckt da draußen! Okay! Als nächstes gibt sich ein Herrscher die Ehre! Die haben sich wohl verlaufen! Sie sind zum ersten Mario! Sie haben sich wohl zu fein! Sie waren naiv genug herzukommen! Sind sie auch stark genug heimzukehren? Arena frei! Wir klauen die Mary! Ihr Lose habt keine Chance! Verfisst euch! Zieht ab! Hey Mann! Falscher Ort für'n Date! Hey Kleine! Zeigt mal ein bisschen Frischfleisch! Aber zack! Okay! Ich bin sauer! Der Gegner ist! Unser allseits beliebter Bestienwendiger! Pferdenklappet Earth! Ein weiterer Augenkampel in seinem Futternetten! Heut gibt's sogar Nachts! Spritzendes Blut! Panisches Schreihe! Arena frei für den einzig Waren! Die unnachhabliche, blutwürstige Bestie! Los! Hilfe! Hilfe! Die Gegner sind Runde? Ha? Ein Problem damit? Gibt keine Regel, die besagt, dass das verboten ist! Das ist doch ein glänzender Einstieg! Wie viel Fleisch werden diese hungrigen Tiere knabbern? Leute! Augenschließen ist strengstens verbunden! Na dann! Für das Match! Erste Runde! Ring frei! Ich bin bereit! Hehe! 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 Das ist aus! Ich halte sie ja gar nicht! Das ist aus! Versuch's doch! Eris macht die alleine einfach! Ja komm, ich brauch zwei! Ich brauch zwei Balken! Das Problem! Hehe! Jetzt haben wir... Ende mit checken! Aber hoppa! Es ist vorbei! Mit diesem überraschenden Ausgang hätte wohl niemand gerechnet! Das Blatt hat sich mit einem großen Knall gewendet! Der Sieg geht! Schlag mich tot! Anders traut mal! Glattern ist! Direkt einmal hinsetzen! Die erste Runde hätten wir überstanden! Hm! Ist was? Die Regeln sind sehr biegsam! Stimmt! Ich hoffe das bessert sich in der nächsten Runde! Darauf würde ich nicht bauen! Lass uns wachsam bleiben! Oh! Oh! Hier sitzt er da! Oh! Jede Runde sitzt hier ein anderer oder was? Ich bin am Ende! Werd mir wohl einen neuen Sponsor suchen müssen! Okay, du kannst jede Runde mit einem von denen, den du besiegt hast, quatschen! Achtung! Team Cloud und Aeris! Ihr Match beginnt in Kürze! Ja, mein Gott, ey! Bitte kommen Sie zum Eingangstor! Ich glaube wir müssen uns für die nächste Runde nicht mal hinsetzen, so wirklich! Da habt ihr ja nochmal Glück gehabt, aber das wird euch in der nächsten Runde nicht mehr helfen! Seid ihr bereit? Ja, hör auf zu quatschen! Mach bitte rein! Na dann halt zum Beinbruch! Und weiter geht's! Der zweite Kampf im Halbfinale! Zuerst! Unser Traubbauer, der sich Hand in Hand durch die erste Runde gekämpft hat! Ihr Penner, was fällt euch eigentlich ein? Ich bitte um etwas Beifall für Klottene! Verpisst euch dahin, wo ihr herkommt, ihr Tröten! Wegen euch hab ich Unsungen verloren! Ja, los, los! Heere Gegner! Ein paar Pfundskerle aus dem Ödland, die mit demischer Freude dabei sind! Mit Fingern, solange die Gesichter ihrer bemitleidenschaften Opfer! Also, lassen Sie Ihre Wertgegenstände von jetzt an besser nicht mehr aus den Augen! Einen herzlichen Applaus! Für Beck und seine rabiat ruchlose Gag! So, die kennen wir doch! Heeey! Alte Bekannte! Sag schön Hallo! Oh, wie praktisch! Muss heute wohl unser Glückstag sein? Jetzt kijkt ihr! Euer Fett für die Sache! Oh, meinst weg! So dick sind die doch gar nicht! Was soll das? Mein lieber Jolly, was hat das denn zu bedeuten? Sieht so aus, als hätten sich die Schlimmfänger doch klapp mit acht Leuten angemeldet. Was? Wie gemein. Tut mir ja wirklich leid, aber in dieser Arena zählt nur alles. Und zwar das, was Don Corneo sagt. Habt ihr kapiert? Ja! Der Don hat's abgesegnet, Leute! Ich geb's auf. Jetzt wird sich zeigen, ob's die Menge macht oder nicht. Es wird sicher ne schöne Schlägerei. Dieser Kampf wird grandios. Nicht weggucken, sonst entgeht ihnen was. Freuen Sie sich auf Runde zwei im Halbfinale. Los geht's. Was wird los? Mist. Mist. Feierfrei! Werde nicht. Werde nicht. Werde nicht. Das soll ich jetzt einfach wieder ausgehen. Werde nicht. Was? Werde nicht. 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 Oder. die guten sterben das war's dann ich verfluche dich das ist ja unglaublich ein weiteres mal haben sie triumphiert obwohl sie nur zu zweit sind der sieg geht an das schlagkräftige bärchen einer zeiten hat wieder er es ausspricht es muss aber mal hinsetzen gar nicht schlecht der junge was hast du erwartet ich habe ihn schließlich massiert und außerdem mein freund sind seine hände das morden gewohnt dann ist er ja hier in bester gesellschaft jedenfalls sind wir beide im finale wetten wir du änderst dich wohl nie irgendwann verbrennst du dir noch die finger na und dann reibst du sie mir halt einfach wieder gesund so weit lasse ich mich nicht noch mal herab sag mal anjan der typ da ist richtig schnuckelig oder ich habe gerade mein pfeil gekriegt jetzt sind wir im finale ja du siehst nicht besonders glücklich aus das wird wieder ein unfairer kampf ja aber nur noch ein einziger kampf klar sein dass die folge ein bisschen länger geht weil wir mal hinsetzen sein dass die folge ein bisschen länger geht weil der letzte kampf ein bisschen krasser ist und den würde ich gerne noch in der folge reinpacken team laut und er ist das finale beginnt in kürze ja ja ich wollte eigentlich nur ich muss im finale leben sie sich zum eingangstor da sitzen unsere typis brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr totzustellen wo ist denn der dritte hat der hinkt da hinten hat tierischen kohldampf die sind aber auch mächtig herrlich meinen größten respekt ihr habt ja wirklich was drauf jetzt kommt das finale seit ich habe auf euch gewettet leute also lasst mich nicht hängen verehrtes publikum wir haben sie lange genug auf die folge gespalt der koneo cup geht in die entscheidende runde und es wird krachen das können sie mir glauben auch wir sind selbstverständlich untröstlich doch alles muss nun mal irgendwann zu ende gehen so leid es mir tut lassen sie uns diese wunderbare chance nutzen um noch einmal richtig abzufeiern ja als erstes unsere nuker hat die bisher an jeden gegner einfach so weggepickt hat das hirchen das unsere herzen im sturm erobert hat laut und jährisch die champions der bezaubernden männer werden ne ich glaube ich muss den kampf in die nächste folge mit rein nehmen wunderbar wunderbar ihre gegner waren bis dato bereits fünfmal siegreich sie hinterlassen für gewöhnlich nichts als verwüstung der glück hat landet im krank und verbechert auf der mülldeponie die hungrigen killermaschinen und chokobus applaus für das sezieren der duo duo eine leihgabe von shinra es darf doch nicht wahr sein ja wer wird sich das preisgeld wohl sich haben freuen sie sich auf ein großes finale voller emotionen die entscheidung des kameo-kaps regt frei volle konzentration nicht mit mir ausgezeichnet ausgezeichnet los geht's da die die halten ja gar nichts aus was ist das denn ausgezeichnet die 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 richtigen die die ist die 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 Ja, das ist egal. Ja, das ist was. Bis hier und nicht weiter. Wahnsinns-Übermachungs-Erfolg! Wer hätte das gedacht? Der Gesamtsieg im Kornel-Cup geht an Team Cloud und Eris! Mein herzliches Beileid. Hm. Nanu, du bleibst erstaunlich ruhig. Ich dachte, ich könnte dich wüten und toben sehen. Jede Münze hat eine zweite Seite. Man muss sie nur umdrehen. Das macht's ja so interessant. Geht aber nicht bei deinen gezinkten Talerchen. Hm. Die waren 100 pro beide mal zusammen. Na dann, werde ich mal meinen Gewinn einstreichen. Das muss noch warten. Tut mir leid. Auf Befehl des Dons gibt es noch einen weiteren Kampf. Was? Gewinnt ein Team den, gehört das Preisgeld dir. Sag mal, Kleiner, willst du mich verarschen? Das würde ich niemals wagen. Tch. Sehr gut. Jetzt können wir tiefer helfen. Ja. Lass uns zurück zu Madame M gehen und das Kleid besorgen. Mhm. Ich unterbreche eure Feier ja nur ungern. Aber ihr werdet leider nochmal für mich kämpfen müssen. Wieso denn das? Ihr habt die Stimmung ordentlich angeheizt. Die Leute sind in ausgelassener Wettlaune. Sie setzen Unsummen auf eure Kämpfe. Ihr glaubt doch nicht dem Ernst, dass Corneo sich diese Chance entgehen lässt. Soll heißen? Er wird euch einen letzten Gegner vorsetzen. Erst wenn ihr den besiegt, ist das Turnier gewonnen. Davon war keine Rede. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Dieser gierige Bastard. Dieser... Aber im Hintergrund klappert ein Stuhl. Der Kampf ist der letzte. Das will ich doch hoffen. Mein Gott. Oh, guck mal da. Schocko, was ist denn? Oh je. Da habt ihr mir ja richtig was eingebrockt. Der war schuld. Was glaubt ihr, wie viel diese Schrotthaufen mich gekostet haben? Was steht ihr hier rum? Solltet ihr euch nicht langsam vorbereiten? Selber schuld, würde ich mir fast behaupten. Selber schuld. So, nochmal einmal hinsetzen. Ich kann das mit dem letzten Schlag nicht nehmen. Also ich muss das andere Schwert wieder nehmen. Weil Klauter halt einfach mehr Leben hat. Und die brauche ich gleich. Auch wenn es irgendwie nur 150 sind. Aber ich brauche die Materia. Ich brauche die Materia, die er da drin hat. Jetzt muss man das heilen. Oder von mir aus. Ich muss gerade mal gucken. King, was ist das Ding allergisch? Gegen Luft? Die Witter. Ich muss mal kurz gucken, was Aerithat hat. Blut. Äh. Das ist kacke, weil ich nicht weiß. Überfrost? Er ist tiefer, 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 bäbbelt. Äh, er ist laut. Ja. Äh. Das ist halt bescheuert. Äh, die bräuchte eigentlich einen. Ja, die muss halt einfach mal ein Ding mehr nehmen. Äh. Das ist die Glut und Frost und, äh, heilen? Ey, ich habe eine Analyse sonst nie mit. Äh, TP-Vision. Ich weiß immer noch nie, wie möglich. Okay, dann hoffe ich mal, dass wir Vision einsetzen können. Also dann, viel Glück. Danke. Oh, wir sehen uns in der nächsten Folge.